Okay, wir fangen mal an mit Summen auf NG. Sieh zu, dass der Impuls, der vom Zwerchfell kommt, dass der schnell kommt, aber elastisch, also schon mit ein bisschen mehr Kraft, dass der Ton, der obere Ton, die obere Okkabe sich gleich richtig einstellt und schön schwingt. Ein bisschen kräftiger. Ja, der kam wieder ein bisschen spät, mach noch mal. Ja. Und obwohl der kraftvoll ist, dieser Impuls, musst du trotzdem die Vorstellung haben, dass der Ton schlank ist, der da oben rauskommt. Also nicht so viel Gewicht mit hochnehmen. Und beim Einatmen schön weit machen hinten. Und die Kehle unten lassen. Also die Luft leicht durch die Stimmbänder, durch die Stimmritze durchgehen lassen. Mach noch mal vor. Mm. 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 Hmmmmmm...